Aber meine Ohren nicht abschneiden. Hast du das überlegt? Ich bin doch nicht dran. Ich hab verloren, weg damit. Kommst du neug mit der Maschine? Schwierig, ja. Nee, Uwe, das schaffst du nicht. Nimm doch die Schere. Wenn ich verloren hätte, hätte ich ein Stück Käse gegessen. Ja. Bisher zählt ja noch keine Ahnung. Herrlich, herrlich. Jetzt sieht er wie ein Mensch aus. So, Manni. Jetzt geht's rund. Aber nicht zu tief. Denk dran, wenn du lässt, dann zieh ich dir ein Zottelbad. So, wie es ist. Sehr gut. Aber ich hab noch keine freien Stellen, Uwe. Oder nicht. Nein. Doch, ja. Wie dein Freisteller ist nix. Doch, ist Klatze. Manni, hier ist die Klatzbildung. Hier, guck mal, hier ist die Stelle. Komm, jetzt kann ich mal meine Hand... Hau ab! Du wirst schon im jungen Alter rüber. Jungen Alter. Ich bin im besten Mannesalter. Leistungsfähig. Komm, ich bin auch lachen. Und ein gestandener Mann. Ja. So, Manni. So, Manni, ich will jetzt zeigen, ob es dir gefällt. Wie die Koteletten, wie lang genug die Koteletten, guck mal. Ist in Ordnung. Hinten genau rund. Ey, was ist das da? Ich bin doch kein Römer. Nein, das ist ja alles römisch. Doch. Das da ist doch voll, da geht ja noch. Aber das da, was hast du da gepreist? Manni, jetzt guck mal. Der ist Finger weg. Du brauchst eine Brille in den Haaren. Ey, er braucht eine Brille. Ich schneide dir schon seit 30 Jahren die Haare. Ja, ich brauch 30 Jahre Jünger. Manni? Wie? Ja, ich bin kein Römer. Aus dem 8. Jahrhundert. Ich kann doch ein bisschen die Ecke abschneiden. Nix mehr, das reicht. Das sieht aber gut aus, Manni. Wirklich. Das hier benignel ich als ungut. Nix da.